Moin, Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal mit euren Brocken. Ja, diesmal sieht ihr mich so in der Art Vlog-Verfassung wieder, denn ich habe von einem Abonnenten, und zwar von dem geliebten Matthias, ein Päckchen bekommen. Was da drin ist, kann ich gar nicht sagen. Es ist sehr leicht, so als würde man ein T-Shirt verschicken oder so. Ich bin halt mega, mega gespannt. Das hat mir der Paketbote heute gegeben. Das hat irgendwie länger gedauert. Ja, jetzt gehen wir hier schön vorsichtig mal rein, so vorsichtig. Brocken ist halt im Hobian. Ja, seht ihr, sehr vorsichtig. Das Thema vorsichtig. Nein, mir passt natürlich auch, dass wir nicht in den Karton reinschneiden. Oh, der hat aber gut verklebt. Was schickt der mir denn hier, wenn er so verklebt? Matthias, was ist da drin? Oh, okay. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Okay, okay. Es ist eingepackt. Was haben wir da? Was haben wir da? Wir haben einen Brief. Kann man den vorlesen? Ich werde den mal ganz kurz überfliegen. Ja, den kann man lesen. Hallo, mein Guter. Ich war die letzten Tage mit meiner Familie wieder ein paar Tage im Tropical Island und habe dir ein kleines Geschenk mitgebracht. Ich weiß nicht, ob es dir farblich und optisch zusagt. Aber bei der Größe hatte ich ein paar Informationen. Daher für deine Streams und deinen Content. Bleib so, wie du bist und mach weiter so. Viele Grüße, Matthias. Ja, Matthias. Machen wir auf jeden Fall. Jetzt bin ich gespannt. Ich sehe es gerade schon. Es ist ein T-Shirt. Ja, das werden wir auch gleich mal anprobieren. Von der Größe her passt. Die Farben sind mir immer egal, Bruder. Sind mir voll egal, Digga. Das ist einfach die geile Geste. Wir machen das einfach mal auf, aber wir werden das ja noch anziehen. Ja, du hast Informationen gehabt. Matthias, einfach immer 5xXXL kaufen. Ich bin so fett. Ich brauche, wenn ich Passfotos mache, muss ich mit Google-Earth Fotos schießen. Guck mal, guck mal nochmal. Ja, na. Oh, Bruder. Bruder. Da steht auch noch was drauf. Also vorne, mega, mega geil, Leute. Was steht denn hier drauf? Ich kann halt einfach fucking kein Englisch. Ja, mein Englisch ist scheiße. Steht einfach Freundin kann aber Englisch. Hier, lese mal. Was steht da schönes hier denn drauf? Ah, Sekunde, einmal kurz schauen. Ja, steht was geiles drauf? Steht drauf, Rockin, du bist der Boss. Du bist so erhaben über alles. Ich kann kein Englisch. Matthias, schick mir was unenglisch. Ich glaube, das ist die Beschreibung entweder von einer Ananas-Pflanze. Ja, hier ist eine Ananas vorne drauf. Ja, dann muss es die Beschreibung für eine Ananas sein. Ich weiß jetzt nicht, was Genty bedeutet. Ich vermute mal scharf oder irgendwas. Ja, die Ananas ist sehr scharf. Richtig scharf, Bruder. Und mit harten, langen Blättern. Ja, die hat harte, lange Blätter, aber richtig harte. Lenselade weiß ich jetzt auch nicht genau. Sie ist hart. Von der, vom Schwanz hoch zur, hoch bis ein Meter lang. Ja, mein Schwanz ist auch einen Meter lang. Da hat mein Tier schon fast recht. Trägt nur einmal alle drei Jahre Früchte. Was? Also so oft trage ich, ich trage schon öfter. Produziert eine einzige riesige und süße Frucht. Geil, ich bin eine süße Frucht. Ja, wollen wir uns das nochmal von vorne zeigen? Und zwar die Ananas erkennt man auch hier. Einfach mega, mega geil. Ja, wir werden das mal anziehen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, jetzt haben wir das Shirt an. Passt, ne? Hier oben so eine Tasche. Da packe ich jetzt mal eine Zigarre rein und so. Sieht richtig mafiamäßig aus. Nein, passt wirklich sehr gut, Matthias. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Matthias. Ja, passt. Ihr sitzt, wackelt und hat Luft. Auch für mein fettes Bäuchlein hier. Hier habe ich so Rücken, da kann man jetzt immer über meine Ananas reden. Über meine. Ja, ne, ansonsten, vielen, vielen lieben Dank. Also mir passt das. Einfach cool. Wird heute Abend, wenn du dieses Video schon farb siehst, es wird in den Streams getragen. Mein Lieber, vielen lieben Dank. Also mir gefällt es einfach cool. Die Killer Ananas passt zu mir so. Ne, so sehe ich manchmal auch aus, wenn ich morgens früh aufstehe. Und meinen noch nicht Kaffee, ich trinke da keinen Kaffee, aber irgendwas anderes nicht getrunken habe. Ja, ansonsten, hier ist noch so ein Sticker mit drauf. Auch cool. Dann machen wir hier einfach mal die Fäden. Die schneiden wir aber vorsichtig ab. Ansonsten, vielen, vielen lieben Dank, Matthias, für das nette Geschenk. Ja, jetzt gerade ist es immer noch relativ warm. Ich trage eigentlich eh immer relativ kurze Shirts beim Zocken. Vielen, 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 vielen lieben Dank, Matthias. Wird, ja, gut gepflegt. Und ja, was soll ich sagen, immer vielen, vielen Dank für deinen Support. Und ja, ich bin mega, mega happy. Ich finde es einfach cool. Gefällt mir. Sehr, sehr gut das Shirt, Matthias. Dankeschön. Bleib gesund. Bleib munter, mein Lieber. Du, deine ganze Familie und alle anderen, die dieses Video natürlich hier auch gerade schauen, auch ihr möget gesund bleiben und munter bleiben. Vielen, vielen, vielen Dank an alle anderen natürlich auch immer für euren Support, fürs Einschalten, dabei sein, fürs Liken, fürs Kommentieren im Livestream. Egal, wo man euch sieht, einfach mega, mega nice. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für euren Support. Ich bin auf jeden Fall raus. Haut da rein, euer Brocken.